Willkommen bei Blog Reporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. So Dalle, gestern haben wir gesagt, der Kurs, die nächsten 1-2 Stunden Kerzen werden hier versuchen oben ranzukommen, werden es aber wahrscheinlich nicht schaffen, dann gilt Kontaktsuche zum Aufwärtstrend, den du hier siehst. Das ist heute abgeschlossen, also alles soweit gut im Vergleich zum letzten Video, haben wir so gemacht. Aktuell siehst du, ist unser Weekly WeWeb der Widerstand. Was das zu bedeuten hat, was das für das Wochenende vor allen Dingen bedeutet, das werden wir jetzt gleich klären. Also alle Videos in diesem Info, alle Infos in diesem Video. Viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön dich auch heute begrüßen zu dürfen. Heute schauen wir uns einfach mal an, was wird Bitcoin fürs Wochenende für uns bereithalten und wie wird Bitcoin in die nächste Woche starten, beziehungsweise was macht Bitcoin denn überhaupt heute. Wenn dich das interessiert und vielleicht auch nächste Woche, dann gerne ein kostenloses Abo dalassen. Ist nie verkehrt und vor allen Dingen komm zu mir in die Telegram Community. Den Link findest du auch unten in der Videobeschreibung. Dort kannst du dich weiter austauschen. So, unsere Ranges haben wir jetzt hier immer noch aktuell. Baut Bitcoin ein Inverse Head and Shoulders, wenn wir das hier so schön sehen. Also linke Schulter, Kopf, rechte Schulter mit der aktuellen Neckline. Beziehungsweise Neckline würde ich hier direkt sogar als eine schiefe Neckline mit einzeichnen und hier diesen Trend. So, das gesagt, weil wir auch ins Wochenende gehen wollen, siehst du hier schon, wenn wir das ein bisschen kleiner machen, könnten wir hier auch eine Bear Flag übers Wochenende bauen, wenn wir hier bouncen. Das heißt, runter dann Richtung 17.000 bis, ja, 17.000 ist dann das Target. Hier eben bei knapp roundabout 17.200. Den Widerstand siehst du hier auch eingeblendet. Leider, glaube ich, kann man, doch, die kann man größer machen. Beim nächsten Mal werde ich die Schrift ein bisschen größer machen. Also 17.510, wir merken uns 17.500 ist hier für das Wochenende unser Widerstand, der hier losgeht. Aufpassen sollte man tatsächlich, wenn hier diese Tageskerze diesen Kurs nicht schafft, der Kontakt, der nächste, der hier stattfindet, geht es nämlich runter. Dann siehst du unten schon den Mann, der hier wartet. Also alles erstmal im grünen Bereich. So, das gesagt, machen wir das einfach mal weg, denn wir haben unseren vorübergehenden Boden gefunden. Haben wir gesagt, das ist hier unsere Aufwärtstrendlinie. Also alles gut. Was wir jetzt machen wollen, ist unseren Anchored Remap ab hierher setzen und sehen, dass der Kurs hier schön unterkauft war. Das heißt, das Target ist hier orange rechts eingezeichnet. Was du siehst, was hier bei einem bullischen Ausbruch passieren würde. Und das sind die 17.644. Wird er hier erreichen. Sehen wir auch, alles cool. Was ist das Ausbruchsniveau, was wir jetzt hier hinten hatten, was wir hier schon eingekringelt hatten. Also hier der Bereich wird dann angetestet. Oder, um es nochmal bildlich zu machen, nach oben. Bonk, bonk. Beziehungsweise hier wird sich es entscheiden, ob es dann runter geht. Das wird der Tagesverlauf sein, so wie wir ihn hier jetzt sehen mit unseren Tools. Das heißt, Support gefunden. Wir müssen das jetzt hier nur noch nochmal bestätigen mit unserem stochastischen RSI. Gleitende Durchschnitte brauchen wir jetzt fürs Wochenende aus meiner Sicht eben nicht. Und natürlich den MACD, die bieten hier für solche Sachen immer einen guten Ansatzpunkt. Also, diese Kerze wird es höchstwahrscheinlich nicht über unseren V-Web schaffen. Der RSI ist hier deutlich überkauft. Hat hier einen bärischen Knick drin. Das heißt, er wollte hier bärisch crossen, nach unten gehen. Wird jetzt hier weiter nach oben gezogen. Der MACD im 1-Stunden-Chart ist hier dabei zu steigen, ist hier bullisch gecrossed. Das heißt, eine Seitwärtsbewegung ist drin. Also, wie wir ja gesagt haben, im schlimmsten Fall werden wir hier unser, tak, 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 irgendwie sowas sehen. Übers Wochenende. Aber wie gesagt, wir sind hier, Entschuldigung, im 1-Stunden-Chart. Das ist noch nicht so aussagekräftig. Denn, das heißt, heute noch ein bisschen Geraffel. Hier geht das ganze Ding schon steil nach oben. Und der MACD, du siehst es hier, die Bullen gewinnen an Kraft. Selbstverständlich, das Target ist immer noch 17.628 für die nächsten Tage. Weitlaufend eben nach rechts zu unserem Abwärtstrend hin. So, jetzt wird es interessant. So, auch das ist die These, die hier unterstützt. Wir werden hier langsam zur Seite gehen, bis nach oben. Und der Daily sieht aber ein bisschen blöder aus. Das heißt, für nächste Woche könnte das Ganze schon wieder abrauschen. Also, 60.40 für seitwärts, also Movement Crubber, bis hin, hier kann man es sehr schön sehen, bis hin zum 17.000er-Target. Jetzt siehst du, was wir hatten, wir hatten unsere Abwärtsbewegung. Wir steigen am Trend aktuell nach oben. Hier das Quartals-Rebab, also Volume-Rated Average Price, eines meiner Lieblingsberater bei 18.500, Pi mal Daumen, genau 18.437, ist the place to be, aber eben nicht heute. Heute geht es hier um den Weekly Rebab, den wir hier haben. Auch hier können wir vielleicht nochmal, hatten wir lange nicht mehr, Lord Fibo uns als Unterstützung suchen. Und dann siehst du bei 17.500, beziehungsweise 17.503 bis 17.535 ist hier der erste Widerstand, der durchbrochen werden soll. Und wenn wir jetzt nochmal den Anchored-Rebab dazu holen, zack, siehst du, dass wir hier bei den 17.5 bzw. 17.651 hier das Target haben. Also, nach oben und wieder nach unten könnte hier die Devise erstmal sein, dass wir hier so einen Verlauf über das Wochenende bauen werden. So, und weil wir ja immer die schönen Schlussbilder lieben, machen wir das noch einfach mal weg an den 1-Stunden-Chart. So, zack. Kann man erstmal so stehen lassen, falls man sich das nochmal angucken möchte, denn damit sind wir ja auch schon wieder am Ende. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Gerne ein kostenloses Abo, kostenloses Abo dalassen. Kannst gerne ein Like dalassen, wenn du glaubst, Bitcoin wird hier das Target Richtung 17.670 holen. Gerne einen Kommentar runterschreiben, warum das nicht. Und vielleicht eine kleine Prognose von dir selbst, einfach so ins Blaue hinein. Wie tief würde Bitcoin denn fallen? Bei mir waren es ja 17.000 bis 17.000.2 ungefähr. Wie viel sagst du? Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut.